So und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo von meiner Seite aus und zwar gibt es eine kleine Überraschung, wie man sagen, so eine Neujahrsüberraschung. Wir planen ein neues Projekt, ein großes Projekt, in dem 3, 7, ja, Let's Play mit dabei sein und zwar ein Let's, ja, ein Let's Coop Fußballmanager 13. Wir wählen einen beliebigen, also was heißt beliebigen, der Verein steht schon fest, wählen wir aus. Den seht ihr dann auch ja im Let's Play. Ja, wie sieht das Ganze aus, wie soll ich das am besten anfangen? Ja, jeder von denen 7 Let's Playern nimmt den gleichen Verein, haut am gleichen Tag. Samstag geht es los, also der 5.1. geht es los. 5.1. kommt die erste Folge, also nur die Vorbereitung etc. Dann kommt am Dienstag und Donnerstag kommen dann die weiteren Folgen, also jeweils eine am Tag und ihr könnt dann gespannt, ja, verfolgen, wer welche Aktionen durchführt, wer welche Spiele für Pflichte verkauft und welche, ja, welche Reihenfolge dabei rauskommt. Und dann ganz am Ende, ähm, ja, schauen wir mal, wer der hier am besten abgeschnitten hat. Ähm, Favoriten gibt es meiner Meinung nach gar nicht, ähm, und ja, was gibt es noch zu sagen. Ab und zu kommen auf unseren gemeinsamen Channel, wir haben einen gemeinsamen Channel aufgemacht, der heißt unser Let's Coop, also tut mal bitte abonnieren, falls ihr, ja, Interesse habt an diesem Let's Play, damit ihr dran bleibt. Und zwar kommen hier regelmäßige Videos, in denen andere, ja, User von YouTube unsere Aktionen miteinander vergleichen, also heißt, wenn Fritz Maloney, ähm, Götze gekauft hat und ich, Reus, wer der besser ist, bla bla, und warum und wo hat das Geld und, ja, das könnt ihr dann näher verfolgen. Ich bitte euch recht herzlich, die sieben, wenn ihr mich nicht verzeihlt habt, sieben Let's Play hier zu abonnieren, damit ihr weiterhin am Laufenden seid. Ich, ja, verlinke sie alle nochmal unten in den Kommentaren und dann freue ich mich auf morgen und, ja, darf ich dann recht herzlich dann neue Let's Play begrüßen. Wir sehen uns dann, haut rein und hasta el vista.